Willkommen zurück, liebe Minecraft-Freunde! Ich würde mich heute ganz gerne mal um unsere lädierte Spitzhack hier unten kümmern. Und ich habe auch also hin und her überlegt, ja, lieber einen Amboss oder einen Zaubertisch. Ich denke aber, wir werden den Zaubertisch nehmen. Ich habe es nämlich dann tatsächlich geschafft, Enchanting Plus hier zu... Läuft und so, wollte ich sagen. Hat ja nur ungefähr drei Monate gedauert. Oh, hallo, Besuch! Ja, also wir werden jetzt mal ein Zaubertischchen bauen. Was brauchen wir denn dafür? Ich glaube, ich sollte vielleicht mal was essen zwischendurch. Das sieht ja nicht so gut aus. Und dann vielleicht auch nochmal Öl-Taschen packen. Nach unserer Redstone-Kabel-Gedingung, so Orgie vom letzten Mal. Ich habe heute Stotteritis. So, nom 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 nom. Okay, fertig. Ähm, ja. Mal hier das Redstone raus. Äh, was kann denn... Ach, hier kann so viel raus. Okay, das machen wir gleich. Jetzt bauen wir erstmal den Zaubertisch. Ach Gottchen, ey. Fünf Obsidian. Das reicht ja gerade mal so mit Ach und Krach. Was brauchen wir denn dafür alles? Ähm, Buch, Diamanten und Obsidian. Ähm, Buch. Haben wir eigentlich schon ein Buch? Natürlich nicht. Ja, dann müssen wir wohl mal, äh, Bücher machen. Aber mit dem Leder ist es ja eher nicht so gut bestellt. Ja. 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 Mja. Na gut. Für ein Buch wird es ja reichen. Ähm, wie macht man denn Papier? Äh, wie heißt es? Ja, mit Zuckerrohr. Ich weiß, aber, ähm, hm. Drei in der Reihe vielleicht. Ah. Drei in der Reihe. Okay, dann... Ja, machen wir mal ein bisschen Papier hier. Ja. So, hier kommen. Einer geht noch. Perfekt. Und dann kann das mal zurück. Und hiervon brauchen wir ja auch nicht so viel, ne? Da brauchen wir ja nicht so viel. Wir können ja nur ein Buch machen. Jo, das sieht gut aus. So. Und dann soll man das Leder dahin, glaube ich. Und das drumrum, ne? Haha. So, dann haben wir schon mal das Buch. Das, äh, Obsidian und die Diamanten. Gut. Dann soll das nach da. Das soll nach da. Ist richtig, ne? Ja, ja. Und das kommt so. Ah. Zaubertisch. Errungenschaft erzielt. Supi. Und ich weiß auch schon, wo der hin soll. Ich weiß nur noch nicht genau, an welche Stelle. Der soll auf jeden Fall hier rein. Und ich weiß sowieso nicht, was ich hier genau machen soll. Ähm. Ich glaube auch, durch den Mod, äh, brauche ich nicht unbedingt die Bücherwand drumrum. Aber es wäre natürlich trotzdem schön, wir hätten die mal irgendwann. Und dann, äh, 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 zack. So kommt der jetzt dahin. Vielleicht hätte ich ihn lieber so rum. Ach so, das Buch dreht sich. Hier, das ist ja super. Ja, die Bücherwand. Die machen wir dann noch. Es ist auch voll jetzt heller geworden hier drin eben gerade. Kann das sein? Ja, das kann sein. So, dann wollen wir mal gucken. Ähm, wo ist denn hier unsere Hacke? Da ist die Hacke. Und wir haben 42 Level, glaube ich. Verzaubern, verfügbar, nein. Wo ist das? Guck mal. Ah, jetzt. Behutsamkeit 1, Kosten 9. Ich möchte aber gerne, da, reparieren. So, ja. Reparieren, verfügbar, nein. Warum nicht? Äh, mh. Hm. Na toll. Reparieren. Verfügbar, nein. Warum geht das jetzt nicht? Alter, ich hasse diese Mod wie die Pest, ganz ehrlich. Äh, es macht keinen Sinn, das kaputte Ding hier, äh, zu verzaubern. Verdammte Axt. Das mit dem Amboss finde ich eigentlich ziemlich, äh, doof. Ich finde, der braucht richtig viel, der braucht richtig viel Eisen. Boah, scheiße. Ich glaube, ihr Lieben, dann klappt das heute noch nicht. Dann muss ich mich erst nochmal damit beschäftigen, warum jetzt hier, ähm, verfügbar, nein steht. Also, ich meine, ich glaube, zu wissen, warum das so ist, ähm, man kann das nur, das war beim Verzaubern auch, das war ja immer mein Problem. Also, ich habe dann hier was reingelegt und konnte einfach nichts verzaubern. Das lag daran, weil ich nicht gerafft habe, dass man hier noch, äh, extra, ja, Items dann zu braucht. Also, keine Ahnung, wahrscheinlich für die Diamantspitzhacke Diamanten oder für eine Eisenhacke, äh, Eisen. Das kann man ja hier gar nicht so sehen, dass man das noch braucht. Das war auch früher nicht so. Und das habe ich abgestellt. Äh, und das kann sein, beim Reparieren, dass das nicht verfügbar ist, weil ich ja da noch Sachen brauche, nämlich Diamanten. Wartet mal ab. Wir könnten das ja mal gerade probieren, aber ich habe halt, äh, nicht genug. Nicht genug Diamanten, die will ich eigentlich nicht dafür verbrauchen. Ähm, num, 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 num. Warte mal, wenn wir jetzt, äh, die da reinlegen, kommt das dann schätzungsweise da rein? Ja, einer, geht. Äh, verfügbar, nein. Geht auch noch ein zweiter? Nee, geht nicht. Wo soll man denn den dann reinlegen? Alter, ich raff's ja wieder nicht. Hm, ich kann nur einen da reinlegen. Und trotzdem verfügbar? Nein. Kosten eins, ja. Ach. Ach. Okay. Werde ich mich nochmal mit beschäftigen. Na gut, och man. Und eben kein verzaubern. Dann machen wir jetzt was anderes. Das mal, ja, dann müssen wir jetzt erstmal hier Taschen ausleeren und so. Äh, wo ist es? Das kann jetzt mal zurück. Das brauchen wir nicht mehr. Das kommt da gar nicht rein. Das muss da rein. Oh Mann, ey. Äh, der, 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 der. Alter, die Kiste ist ja mal richtig voll hier, ne? So, den Schönstein, Pflasterstein. Klasterstein kommt mit. Die Hacke kommt gleich wieder raus. Ähm, 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 Glas brauch ich erstmal nicht. Wo war denn das? Hier. So. Glas, Glas, Glas. Das kommt auch weg. Wir brauchen, wir brauchen, wir brauchen. Ich packe meinen Koffer und ich nehme mit. Ja. Was nehmen wir denn mit? Das nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Ähm. Dann. Lieber nochmal das da. Wie viele Treppen habe ich denn? Ist ja nicht allzu viel. Das nehme ich auch mit. Dann machen wir uns noch ein paar Treppen und noch so ein paar Stufen. Ähm. Warum hat das jetzt? So. So. Treppen sollt reichen. Es gibt immer 6, 20, ja, 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 das reicht auch. Wie sieht's denn aus mit den Stickis? Nö, nicht genug, nur ein Stück, das reicht nicht, ich brauche noch Zäune. Ähm, ja. So, dann machen wir mal einen ganzen Batzen. Äh, ja. Zäune hab ich ja gar keine mehr, dann, äh, ne, 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 ah, geht da hin. 16, okay, machen wir hier nochmal, na, leg doch das mal ab, Mino. So, dann haben wir Zäune. Klopp, klopp. Wie sieht's denn beim Werkzeug aus? Haben wir hier eigentlich noch was drinne? Ach, hier haben wir ja auch noch was. Ja, dann nehmen wir noch mal eine Eisenachs mit. Und eine Schaufel kann nicht schaden. Fackeln habe ich genug. Zäune sind am Start. Cool. Ich brauche noch, wir haben es gleich. Ich packe halt meinen Koffer. Wisst ihr, wie es ist? Dauert aber ein bisschen länger. So. Und wir nehmen hier unser Reisebett mit. Plopp, plopp. Wie sieht es denn da draußen aus? Na toll, ey. Viel Zeit ist ja nicht mehr. Na gut. Oh, hier. Da, guckt es euch an. Hat er sich versteckt im Schatten? Mann. Oh, Creeper. Ich hoffe, ich habe meinen Creeper-Mod wieder angemacht. Ach, du Schande. So. Dann gehen wir jetzt nämlich mal nach da hinten. Wir müssen auch unbedingt uns mal wieder um die Tiere irgendwann kümmern. Oh, ja. Viecher. Da können wir eigentlich gleich mal hier Melonas mitnehmen. Dann haben wir ein bisschen Futter für unterwegs. Und dann haben wir ein bisschen Futter für unterwegs. Decktwand aktualisieren. Da ist ja so viel. Ja, ne, so viel nicht, aber gar nicht mehr aktuell alles. Kommen wir alles? Ja, super. Jetzt geht die Sonne da hinten unter. Und wir haben gar nichts geschafft. Großes Kino hier heute. Aber das macht nichts. Dann baue ich gleich hier. Wo ist denn hier die Razzepü-Kiste? Da. Dann bauen wir jetzt einfach mal hier kackefrech unser Lager in die Natur. Und dann werden wir unter dem Sternenzelt schlummern. Es ist Nacht. Lass mich pennen. Dankeschön. Ja, Sterne gucken. Man sieht nur leider keine. Oh, das hat ja gut geklappt. Okay, das kann eigentlich auch gleich da stehen bleiben. So, hier will ich hin. Und ich möchte ganz gerne hier eine Brücke machen. Das ist nur die Frage. Die Fragen aller Fragen, wie immer, wie. Hm. Also, ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht dann da hinten. Hm. Also vier breit, dachte ich. Dachte ich mal so. Dachte ich mal so. Ist denn mein Holz? Ah, hier. Äh, 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 da. Holz. Dann so irgendwie. Ja, so in dem Stil hatte ich mir das gedacht. Ähm, aber ich weiß nicht. Oh Mann, ich weiß immer nicht. Ich weiß es immer nicht. Hm. Wir können ja einfach mal... Also, wenn das jetzt hier hoch geht. So vielleicht. Ach, wir müssen ins Wasser, glaube ich. Das kann ja jetzt hier ein Spaß werden. Äh, so vielleicht. Wart, jetzt mal ab hier noch einen hin. Und dann da ansetzen. Ähm. Ich mag ja eigentlich lieber die, äh, Halbstufen. Aber da kann man leider keine Treppen, äh, keine, keine, ne, Dingenskirchen, Zäune gescheit draufsetzen. Das ist irgendwie doof. Und wir jetzt noch einen höher machen. Hm. Ja, super. Äh, machen wir mal noch einen höher. So. Und dann man, dann man hier, so. So. Dass man dann von hier irgendwie, so. Wo sind denn, ach man, ey, jetzt hab ich die Holztreppen mitgenommen. Ich hole Fritte, aber keine Steintreppen. Ach. Wie ist denn? Dann, dann, ach, Leute. Ja, ja, ja. Hier, Bastelkiste. Komm mal her. Äh, öh, öh, wohin? Hier, so. Dann machen wir uns gerade mal Stufen. So. Und dann das mal wieder weg. Dafür die Stufen vielleicht dann dahin. So. Und da auch. Mäh. Äh, so. Und, mäh. Aber ich finde, das ist ganz schön hoch, oder? Hm. Ähm. Ja. Obwohl, man könnte doch vielleicht das, wenn wir das jetzt mal hier nochmal wegmachen. Ich muss gleich unbedingt den Krempel da unten einsammeln. Ach, jetzt hab ich... Mäh, mäh, mäh. Das hier. So. Jetzt nehmen wir mal die hier. Ah, nicht oben drüber. So, wenn wir die jetzt hier hinsetzen. So, irgendwie... Dann finde ich das viel zu hoch. Hm. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Ihr Lieben, das gefällt mir nicht. Ich denke aber, wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Vielleicht hatte ich ja bis dahin den zündenden Gedanken. Das ist auf jeden Fall zu hoch. Ja, wir machen das beim nächsten Mal weiter. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Wenn nicht, empfehlt mich weiter. Und bis dahin, eure Trin. Tschüss. 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 Tschüss.